Heute möchte ich mein Buch, das Ende der Führung, Fragezeichen, vorstellen. Die Geschichte hinter diesem Buch, die ist schon sehr alt. Ich habe 1996 bereits mein Buch über Führung veröffentlicht, nämlich Macher oder Teammanager. Und dort habe ich viele Geschichten verarbeitet, die ich im Rahmen von Führungstrainings von den Teilnehmern gehört habe. Und die Idee war, wie bei den meisten Büchern und Überführungen natürlich Menschen, die in Führungspositionen sind, Hilfestellung zu bieten, wie sie in dieser Aufgabe erfolgreich sein können. Also all die Klassiker, wie vermeide ich Demotivation, wie führe ich Gespräche, wie helfe ich Teams zu ihren Zielen zu gelangen und so weiter. Und nicht lange danach ist mir das Buch Das Semko-System von Riccardo Semmler in die Hände gefallen. Der Untertitel lautet Management ohne Manager und tatsächlich hat mich das Buch damals elektrisiert. Und es ist inzwischen vergriffen. Ich bin halb froh, dass ich die Ausgabe immer noch habe. Was ich dort gelesen habe, das passte eigentlich so gar nicht zu dem, was ich in deutschen Unternehmen und Konzernen erlebte. Dort war mein Eindruck, dass Führung bzw. Führungskräfte in erster Linie störte. Und das, was funktionierte, eigentlich nur, nicht nur, sondern trotz Führung gelang. Weil Mitarbeiter eigentlich die Dinge gemacht haben, die sie für sinnvoll hielten. Und ich habe damals schon angefangen mit einem Manuskript, das habe ich auch mal Verlagen angeboten. Und dort die Erfahrung gemacht, dass es auf wenig Akzeptanz stieß, weil die Idee, ganz auf Führungskräfte zu verzichten, wahrscheinlich für die meisten völlig abwegig war. Und vor, ich glaube, drei Jahren habe ich mit einem neuen Versuch gestartet. Und da spielte sicherlich auch eine Rolle, dass die vielen Veröffentlichungen zu selbstverantwortlich handelnden und selbstverantwortlich entscheidenden Teams drastisch zugenommen haben. All das, was um das Stichwort so Agilität und Digitalisierung auch sich jetzt in den letzten Jahren so tut. Und trotzdem war eigentlich bei all den Dingen, die dort veröffentlicht wurden, am Ende immer so ein Satz wie natürlich geht es nicht ganz so ohne Führung. Und gemeint waren da natürlich ausschließlich Führungskräfte mit Disziplinarverantwortung. Also Menschen, die die Macht haben, mit disziplinarischen Maßnahmen auf das Verhalten anderer zu reagieren. Und eine andere klassische Bemerkung, die immer wieder fällt, ist, am Ende muss einer bzw. eine entscheiden. Das sehe ich allerdings genauso, nur mit einem großen Unterschied. Ich denke, dass es möglich ist, dass jeder Einzelne entscheiden kann und niemanden braucht, der für ihn entscheidet. Mal abgesehen von Eltern, die für ihre Kinder entscheiden oder Betreuer, die für ihre Mündel Entscheidungen treffen, weil diese eben vor dem Gesetz bestimmte Entscheidungen nicht treffen dürfen. So, und die Herausforderung dieses Buches bestand nun darin zu zeigen, wie genau das funktionieren soll, wenn eben niemand diese disziplinarische Macht hat. Wer soll dann all die Aufgaben übernehmen, die in hierarchischen Unternehmen den Führungskräften übertragen wird? Wobei, das finde ich immer wieder lustig, dass diesen Führungskräften dann in Trainings gezeigt wird, wie sie diese Macht möglichst nicht nutzen, sondern so viele Aufgaben wie möglich delegieren sollen. Das ist natürlich auch ein Kapitel in diesem Buch. Also habe ich versucht, Kapitel für Kapitel all die Aufgaben, die Führungskräfte übernehmen oder die hinzugesprochen werden, durchzugehen und zu zeigen, wie das funktionieren kann mit Entscheidungen, mit Einstellungen, Kündigungen, Konfliktlösungen, Gehaltsfragen und so weiter und so weiter. Und das ganz ohne Führungskräfte. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, Menschen ein Buch zu verkaufen, die dort lesen, warum sie eigentlich überflüssig sind. Und nicht zuletzt, weil auch der Verlag das eine gute Idee fand, bin ich dann am Ende eines jeden Kapitels darauf eingegangen, was jetzt eine Führungskraft, die nun mal in dieser Position ist, daraus für Schlussfolgerungen ziehen kann. Praktisch, ja, wie sie es selbst überflüssig machen kann. Warum sollte sie das tun? Naja, um endlich die Dinge zu machen, die sie vielleicht tatsächlich am liebsten macht. Das kann eine von diesen klassischen Führungsaufgaben sein, das können aber auch fachliche Aufgaben sein. Wie auch immer, dass sie also von der Last entbunden wird, für andere die Verantwortung zu übernehmen. Und all das lesen Sie eben in das Ende der Führung. Viel Spaß dabei.